Bevor das Video startet, bitte kurz appreciaten, ich hatte gerade 8 Stunden Uni, mega Müll, ich saß 8 Stunden so auf meinem Platz, mein Arsch tut weh, ich bin kaputt, aber jetzt richtiges Video hier für euch, deswegen, Daumen nach oben lassen, jetzt schon mal, ne, hier, zack, nach oben, jetzt, ich setze mich jetzt hier auf diesen Stuhl, weil ich saß heute noch nicht genug, ich kann mich dann nochmal setzen und, wir legen los. Jo Leute, was geht ab, willkommen zu einem weiteren Video, hier auf diesem Kanal, ich weiß, ich seh echt scheiße aus, meine Haare viel zu lang, ich weiß aber auch, dass das Video hier wahrscheinlich 99% Männer sehen, deswegen ist es wirklich vollkommen okay. Ich glaube, wir haben mittlerweile alle realisiert, der Sommer ist vorbei, der Herbst ist am Start, der Winter kommt, es wird noch kälter und ich friere mir einfach morgens wieder den Arsch ab. Damit, mit diesem Video hier, leite ich jetzt offiziell die Herbst-slash-Winter-Season ein, ihr kennt es alle, ich mache es jetzt schon seit 3 Jahren, glaube ich, die besten Punkt, 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 im Sommer, im Frühling, im Winter, eigentlich immer. Heute starten wir mit den besten Hoodies für den Herbst 2022, keine Sorge, spamt mich bitte nicht voll, Winterjacken kommen noch, Sipp-Hoodies kommen noch, Schuhe kommen noch, Übergangsjacken kommen noch, es kommt alles noch, ganz entspannt, aber wir starten heute ganz gediegen rein mit den besten Hoodies. Ich habe wirklich extrem viele rausgesucht, ganz viele Hoodies, alle Preise dabei und ich glaube, für jeden ist generell hier heute was am Start, deswegen, Geld, Beutel, Zücken, bereit sein, um auf die Links unten zu klicken, die alle unten verlinkt sind. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und vor allem kostenloses Abo, sehr wichtig, weil sonst verpasst ihr vielleicht die nächsten Videos, besten Winterjacken, wollt ihr nicht verpassen, ich sage es euch nur so. Jetzt fangen wir an mit dem allerersten Hoodie für dieses Video, let's go. So, selbes Prinzip wie immer, wir starten mit dem preiswertesten Hoodie und werden dann von Hoodie zu Hoodie zu Hoodie immer teurer im Preis. Ich muss aber nur ehrlich sagen, ich habe generell dieses Video sehr wenige Hoodies gefunden, die irgendwie extrem billig waren, aber trotzdem fresh waren. Das meiste, bevor die Kommentare kommen, ist in diesem Video, würde ich mal sagen, eher ein bisschen hochpreisiger, weil es bringt nichts, wenn ich euch irgendeinen Trash-Rash erlaubt, der ist billig. Am Ende muss es auch gut sein und leider sind einfach momentan die meisten Hoodies, die ich gesehen habe, ein bisschen teurer, ist leider so. Trotz dessen starten wir in das Video wirklich extrem preiswert rein, ich muss es mit reinnehmen und zwar nehme ich einmal die Basic Hoodies von Statement. Ich habe selber ganz viel davon, die kosten 35 Euro, ich weiß, die kennt auch eigentlich jeder, aber ich konnte keinen die besten Hoodies wieder drehen, ohne die Teile mit reinzunehmen. Ihr bekommt hier wirklich in gefühlt allen Farben einen Basic Hoodie, 35 Euro, Preisleistung ist wirklich eine 1A. Falls ihr einfach einen schlichten Basic Hoodie haben wollt, aber auch nicht viel ausgeben wollt, mit einer coolen Farbe, checkt Statement sehr, sehr gerne ab. Sind wirklich gute Dinger und ich kann es nur empfehlen, das wäre es zum allerersten Hoodie, beziehungsweise Hoodies, das sind ja wirklich 20 Stück gefühlt. Ich muss es mit reinnehmen, auch wenn ihr es alle kennt, ich muss es mit reinnehmen. Wir machen auch direkt weiter und kommen jetzt zu einer Brand, die gerade extrem im Hype ist und zwar nämlich einmal Vicinity. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir auch extrem gut, geile Artworks, der Preis ist auf jeden Fall fairer als bei anderen Streetwear Brands, aber dafür ist die Qualität, muss ich auch ehrlich sagen, nicht so gut wie jetzt zum Beispiel bei Peso oder anderen deutschen Brands halt eben, die ein bisschen teurer sind. Wir haben hier einmal die beiden Hoodies aus dem letzten Drop für 70 Euro, dann gibt es hier noch die beiden Hoodies aus dem vorletzten Drop für 60 Euro, wirklich muss man sagen, das ist auf jeden Fall tief für einen Hoodie. Und wir haben hier noch die beiden Hoodies aus dem, ich glaube, vorvorletzten Drop, auch für 60 Euro gefallen mir auch, beide sehr gut, alle Hoodies sehr, sehr geil generell, gute Brand, kann ich mir empfehlen, auch da ist ein Link in der Beschreibung, Vicinity, checkt sehr gerne ab. Den nächsten Hoodie, diesen blauen hier, habe ich auch selber, trage ich sehr, sehr gerne, der ist einmal von Moskatz, ne, hier könnt ihr sehen, 85 Euro, das wäre einmal der Hoodie. Gibt es auch noch andere Hoodies, gibt es noch den hier, den hier oder auch zum Beispiel den grünen hier, der gefällt mir auch, muss ich sagen, eigentlich voll gut, sehr geiler Hoodie, 85 Euro. Von Moskatz habe ich auch ganz viele Sachen von, kann ich euch nur empfehlen, ich trage hier eine Size L in dem Hoodie zum Beispiel und ja, trage ich gerne, coole Brand. Die nächste Brand wird zu 1000% jeder von euch kennen, aber ich dachte mir auch hier, ich kann keine besten Hoodies wie du drehen, ohne diese Brand auch mit reinzunehmen und zwar reden wir von Peso, vor allem eben den Peso Raws. Und da kann ich nur sagen, die Hoodies sind einfach eine 10 von 10, die kosten 80 Euro, ist für ein Basic Hoodie echt viel, aber Qualität und Fit ist einfach wirklich gottlos krank. Und hier gibt es, die meine ich, auch wirklich in ganz, ganz vielen Farben, hier orangisch und rot und braun und grün und dunkelblau, alles ist am Start, lila. Wenn ihr echt ein Hoodie haben wollt, wo ihr sagt, komm, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand, das soll Basic sein, den kann ich wirklich Jahre tragen, kauft euch ein Peso Hoodie von den Raws, die sind wirklich sehr gut. Ich weiß, ihr kennt es alle, aber ich dachte mir trotzdem, ich nehme es mal kurz mit rein, auch meine Meinung mal dazu sagen. Wir bleiben auch direkt bei deutschen bekannten Marken und zwar hat nämlich Lowlights auch noch ein Hoodie am Start, in allen Größen, in gelb. Und ich muss sagen, gelb könnte ich glaube ich selber jetzt nicht so gut tragen, aber im Herbst kommt die Farbe echt geil. Und wem es steht, kann ich den Hoodie gerne kaufen, weil der Hoodie an sich ist geil, cooles Artwork, gefällt mir, kostet 90 Euro. Ich hatte aber glaube ich wirklich noch nie einen Hoodie von Lowlights, den kann ich gar nicht sagen, wie jetzt der Fit und die Quali ist. Ich hatte noch nie einen Hoodie von denen, aber sieht cool aus. Wenn ihn einer von euch hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Kommen wir jetzt zu einer Brand, die ich persönlich noch nie gehört habe, überhaupt nicht kannte oder auch eigentlich noch nicht kenne. Und zwar nämlich einmal N-Appendage, ich habe keine Ahnung, aber ich habe den Hoodie gesehen und muss sagen, ich fand den Hoodie irgendwie geil. Mit so einem UFO, mit glaube ich so Glitzersteinen auch irgendwie drauf und einem coolen Artwork. Appendage steht vorne drauf, wirklich ich kenne die Marke nicht. Ich weiß auch nicht woher die ist, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas darüber wisst. Ach ne, Handcut and Soon in Poland. Also kommt die Marke anscheinend aus Polen, ähnlich wie Misbehave glaube ich, aber der ist cool. Hier haben wir noch generell ganz viele andere Hoodies. Hier könnt ihr sehen, es gibt ganz viele Hoodies, die eben am Start sind, aber ich fand den irgendwie ganz geil. Wie gesagt, ich kenne die Marke nicht, keine Ahnung, aber wenn ihr es abchecken wollt, dann tut das sehr gerne. Ich sage euch ehrlich, Root, Root Atelier, hat einen Hoodie rausgebracht, der echt krass ist, aber der mir glaube ich auch wirklich gar nicht steht. Und zwar nämlich einmal der hier. Ich muss euch ehrlich sagen, 95 Euro ist eine Stange Geld, aber die Waschung ist irgendwie übergeil. Habe ich so in der Art noch nie gesehen, auch die Farben. Der gibt mir glaube ich eher so ein bisschen Frühlings-Vibes, irgendwie diese Farben, es sieht so nach Blumen aus, nach Frühling, keine Ahnung. Der ist krass, ich finde den sehr, sehr geil, aber ich glaube auch der wird mir leider nicht stehen. Aber falls ihr sagt, boah, der steht mir mega, den muss ich bestellen, gönnt euch den, weil Root erstens Baba-Qualität, der fit ist auch auf jeden Fall Baba. Ich habe ja auch einen Hoodie von Root, gefällt mir sehr gut. So wie auch der hier, der ist echt cool. Ich muss sagen, der gefällt mir, boah, der sieht echt geil aus. Kommen wir dann jetzt zu meinem YouTube-Kollegen Robert. Grüße gehen da raus an Robert, bester Mann. Hat auch eine eigene Brand und zwar nämlich Anvain und Anvain hat einen Hoodie rausgebracht. Der ist sehr, sehr geil, generell Anvain, ist zwar gar nicht so mein Stil, sehr in diese Avantgarde-Richtung. Meine, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ist einfach nicht so mein Stil, wobei ich die Jacke auch habe, die ist geisteskrank. Aber auch eben der Hoodie hier, so ein Split-Hoodie, gefällt mir einfach unfassbar gut. Ihr könnt sehen hier am Model, leicht cropped oder sogar sehr cropped geschnitten, boxy geschnitten. Mit dem Split in der Mitte, generell Anvain, bin ich der Meinung, wird noch sehr, sehr groß. Also die machen wirklich krasse Sachen, beziehungsweise Robert macht da echt einen guten Job. Ein Baba Hoodie, Link dazu ist in der Beschreibung. Anvain, nur Support geht raus, nur lieber an Robert. Das hier ist übrigens die Jacke, die ich eben meinte von Anvain. Wirklich auch ein geisteskrankes Piece. Könnt ihr auch gerne abchecken, ist noch verfügbar, glaube ich. Hammerding, trage ich auch sehr gerne. Wer hätte gedacht, dass ich diese Brand mal vorstelle, weil ich eigentlich immer, ja, so ein bisschen dagegen geschossen habe. Und zwar nämlich einmal Worst Behavior. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch eigentlich kein Fan davon, weil vom Ding her ist es immer dasselbe. Immer auf jedem Piece steht irgendwo fett Worst Behavior drauf. Und das ist eigentlich nicht so, ich feiere es eigentlich nicht so krass, wenn überall einfach nur der Name draufsteht. Aber der Hoodie gefällt mir eigentlich ganz gut, weil erstens gefällt mir Cream und Blau, gute Farbkombo. Und der Print ist so leicht ausgewaschen, so Jugo sieht irgendwie cool aus. Und ein Kollege von mir hat auch ein Worst Behavior Hoodie. Und ich muss ehrlich sagen, der Fit und auch die Quaddi ist wirklich gut bei den Hoodies. Ist wirklich ein Baba-Fit, Baba-Quali, kann man nichts gegen sagen. Kostet 100 Euro von Worst Behavior. Wäre so, glaube ich, der einzige Hoodie, den ich jetzt da irgendwie fresh finde. Weil der Rest ist Geschmackssache, aber ist meistens nicht so meins. Der ist aber trotzdem ganz cool mit Cream und Blau. Kann man machen, sieht cool aus. Falls ihr euch vielleicht im Laufe des Videos gefragt habt, Jan, woher ist eigentlich dein Hoodie? Weil man kann es auch echt sehr, sehr schwer erkennen. Der ist einmal von Returnity. Haben auch noch ganz viele Hoodies am Start. Die beiden hier zum Beispiel aus der letzten Kollektion. Der orange-rote und eben den, den ich gerade anhaben, dieser graue. Im orange-grau gefällt mir wirklich auch extrem gut aus der letzten Kollektion. Aber viel wichtiger. Am 2.10. kommt die neue Kollektion von Returnity. Winterkollektion. Winterjacke, Knit-Sweater, Zip-Hoodies, Hoodies. Alles am Start. Deswegen da die Augen aufmachen, die Ohren spitzen. Die werde ich auch noch irgendwann mal vorstellen dann. Ich bin auch recht hyped auf die Sachen. Deswegen, falls ihr noch einen Hoodie sucht, auch da auf dem Schirm haben. Es werden auch da in der Kollektion bei Returnity Hoodies gedroppt. 2.10. Wichtig. Der nächste Hoodie, würde ich ehrlich sagen, ist ein bisschen spezieller. Werden wahrscheinlich viele nicht feiern. Ich weiß auch nicht, ob ich es so komplett feiere. Aber er ist cool. Mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut von Razer Worldwide. Ein weißer Hoodie. Ich sage ehrlich, weiße Hoodies auch irgendwie nicht so mein Fall. Ich weiß nicht, bei weißen Hoodies sehe ich immer so blass aus. Aber ich finde das Konzept hier wirklich extrem, extrem nice. Wenn ihr es sehen könnt, ist es alles so ripped, aber wieder zugenäht. Und irgendwie so, ich kann es nicht beschreiben. Es sieht aber irgendwie krass aus. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Der kostet 130 Euro. Ist auf jeden Fall viel Geld von Razer Worldwide. Aber ein Hoodie, den man so auch glaube ich nicht alle Tage sieht. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt sagt, boah, ist gar nicht meins. Ist natürlich Geschmackssache. Aber ich will ja auch irgendwie jeden Geschmack irgendwie treffen. Eine Brand, die auch schon wieder echt lange nicht auf meinem Kanal war, wäre einmal Dennis Daniel. Ja, auch aus Deutschland. Mittlerweile würde ich auch sagen, relativ groß. Und die haben auch Hoodies gedroppt, wie zum Beispiel diesen hier. Mit so einem Painter-Look. Geil ausgewaschen. Nicht richtig schwarz, nicht grau. So einfach geil ausgewaschen. Eben mit diesem Painter-Look hier. Gefällt mir wirklich gut. Ich finde ihn echt geil. Kostet leider 140 Euro. Ist echt eine Stange Geld. Es gibt natürlich auch noch mehrere Hoodies, wie zum Beispiel den hier. Den, den. Auch noch einen Zip-Hoodie. Den braunen, der ist auch ganz geil. Könnt ihr auch gerne abchecken. Die haben echt ganz viele Sachen am Start. Dennis Daniel. Schaut, das geht da raus. Machen wir auch direkt weiter mit einer Brand, die wirklich für ihre Kreativität, kann man sagen, bekannt ist. Uns war nämlich einmal 2.1.1.4. Museum. Museum. Wie auch immer. Und zwar finde ich diese beiden Hoodies hier geisteskrank. Ich finde die echt gestört. Den hier hatte ich auch schon mal, aber der hat mir nicht gepasst. Der war mir leider zu klein, deswegen habe ich den zurückgeschickt. Den hatte ich mal. Der ist auch wirklich geil. Der hier ist auch extrem geil. Aber die hier sind eben neu. Und ich muss sagen, ich finde den geisteskrank. Wahrscheinlich die Tatchable Kapuze. Also die kann man wahrscheinlich abmachen. Man kann ihn hier irgendwie aufmachen. Hier noch ein Reißverschoss. Hier noch ein Pocket. Da eine Pocket. Da eine Pocket. Geil ausgewaschen. Geiler Fit. Aber kostet leider 160 Dollar. Ist bitter, aber ein geiler Hoodie. Auch der Backprint gefällt mir echt gut. Der Fit. Baba. Richtig, richtig geiles Teil. Boah, ist der geil. Den gibt es auch noch ein bisschen ausgewaschener. In so einem ganz hellen Grau. Aber ich glaube, mir gefällt der andere ein bisschen besser. Ja, checkt es gerne ab. Linke dazu ist auch in der Beschreibung. Ihr wisst es, wie alles andere. Weiter geht's. Kommen wir dann jetzt zu einer Brand, die mir wirklich in den letzten Tagen vor allem irgendwie ans Herz gewachsen ist. Und zwar nämlich einmal Rough. Ich habe es im Bräuniger gesehen. Die ganzen Sachen vor allem. Einfach wirklich alles sehr, sehr krass. Geile Waschungen. Geile Fits. Geile Designs. Mir gefällt es einfach wirklich gut. Und die haben auch Hoodies am Start. Leider auch echt hochpreisig. Ihr könnt es schon sehen. 180 Euro kostet der Lachs hier. Ist wirklich viel. Ich hatte den auch schon einmal Bräuniger. Auch dieser Farbsplit, dass die Kapuze und der Bund schwarz ist und der Rest eben grün ist, gefällt mir auch. Es ist wirklich ein Baba Hoodie. Aber der Preis ist leider echt nicht so Baba. 180 Euro ist wirklich schon echt viel. Da gibt es auch noch andere Hoodies, wie zum Beispiel den hier. Oder zum Beispiel den hier. Oder den hier. Oder die hier. Im Sale, by the way. Da gibt es echt viele Hoodies. Ich habe mir jetzt ein Shirt von denen gekauft für den Urlaub. Bin ich auch echt zufrieden mit. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und eine Brand darf natürlich auch wieder in diesem Video nicht fehlen. Ihr wisst es. Die Brand, die eigentlich Stammgast hier ist. Und zwar nämlich einmal Represent. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde die Haar momentan gar nicht so krasse Hoodies. Ich wollte es aber trotzdem mit reinnehmen. Ich finde es zum Beispiel den hier ganz geil. In diesem ausgewaschenen Grau. Mit diesem Highprint. Aber generell gefallen mir momentan nicht so viele Hoodies so gut. Ich finde diese Owners Club Hoodies eigentlich ganz geil. Weil die haben irgendwie hier zum Beispiel die Wachstum gefällt mir echt gut. Und der Fit und die Qualität von uns auch echt gut. Aber es sind jetzt keine Hoodies, die mich irgendwie mega umhauen. Wo ich jetzt sage, ich würde jetzt dafür 200 Euro ballern. Weil 200 Euro ist wirklich extrem viel Geld. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt in der Fall Winter 2022 noch ein paar geile Hoodies droppen. Weil ich hätte eigentlich Bock auf einen. Und die haben es auch eigentlich drauf so. Aber gerade irgendwie. Ich weiß nicht, das hier zum Beispiel. Weiß ich nicht. Schwer. Kommen wir dann jetzt zum letzten Hoodie für dieses Video. Dem teuersten Hoodie. Auch gleichzeitig einer der geilsten Hoodies, muss ich ehrlich sagen. Und zwar nämlich einmal diesen hier von Miss Behave in Braun. Ich finde den wirklich gottlos schön. Geile Farbe. Geiler Fit. Geile Details. Geile Idee. Nur der Preis von 340 Euro. Der schmeckt wirklich gar nicht. Und der gefällt mir auch wirklich gar nicht. Und deswegen würde ich mir den auch, glaube ich, niemals holen. Aber ich finde den so geil. Der ist an sich eigentlich nichts Besonderes. Der ist eigentlich clean. Aber hier mit diesen Nähten, diesen verschiedenen Brauntöne. Generell der Braunton übergeil ausgewaschen. Boah, ich finde den so schön. Und ich bin ja eh Fan von solchen Hoodies. Anstatt von Hoodies mit fetten Prints. Ich finde sowas eh geiler. Der ist einfach krass. Der ist wirklich sehr, sehr krass. Deswegen auch verdient hier in diesem Video. Für Leute, die von euch jetzt vielleicht sagen, Ey, 300 Euro ist für mich gar nichts. Gehört euch den gerne. Link auch dazu in der Beschreibung. Und dann wäre es das mit diesem Video gewesen. Das waren jetzt, glaube ich, wirklich 15, 16, 17 verschiedene Brands. Mit jeweils, keine Ahnung, 5 Hoodies oder so. Also ihr habt ja wirklich, glaube ich, echt extrem, extrem viel Inspo bekommen. Und ich denke mal, für jeden hier wird irgendwas am Start sein. Das wäre es dann mit dem Video gewesen. Wie gerade schon gesagt, ich glaube, ihr habt jetzt wirklich extrem, extrem viel Inspo bekommen. Ich habe wirklich so viele Sachen vorgestellt. Mit allen verschiedenen Preisen. Und ich persönlich finde echt, eigentlich finde ich alles geil. Weil ich stelle ja keine Sachen vor, die ich jetzt nicht geil finde. Ich finde eigentlich wirklich alles hier extrem cool. Ansonsten schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, falls ihr euch was kauft. Oder ihr sagt, Bojan, der Hoodie ist so krass. Den hast du vergessen. Einfach in die Kommentare schreiben. Ein bisschen Community gegenseitig supporten. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt auch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wollt ihr als nächstes? Zipp-Puddies, Übergangsjacken, Winterschuhe, keine Ahnung, Winterjacken. Lasst mich einfach wissen. Für mich geht es aber jetzt erstmal in ein paar Tagen in den Urlaub. Da werden auch extrem krasse Vlogs kommen. Seid gespannt. Wir sehen uns. Lasst ein Abo da. Abonnieren. Auch sehr, sehr wichtig. Haut rein. Tschö. Musik. 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 ót. Untertitelung des ZDF, 2020